Hallo, ich bin die Anne und ich packe jetzt meine Kenwood Maschine aus. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein ziemlich großer Karton. Also, dann fangen wir mal an. Also, dann fangen wir mal an. Das Ding ist groß. Dann fangen wir mal an. Dann haben wir hier die Zitruspresse. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 hier die Aufbewahrungsbox mit dem Sprüfer teilen und den Scheiben für die Rachtel einhalten. Es sieht aus, als gehört es zum Blender. Es sieht aus, als gehört es zum Blender. Genau, das ist der Blender und der ist ziemlich schwer und aus stabilem Gas. Dann haben wir das eingeteilt. Das gehört zur Schüssel. Das ist eine große Schüssel mit einem kleinen Schüssel innen drin. Und das Teil, das ich vorher gezeigt habe, kommt dann als Einsatz hier rein. Das ist eine große Schüssel. Jetzt tut man rein, um irgendwie den Blender drauf zu stecken. Und dann haben wir das Herzstück der ganzen Einheit. Wiegt ungefähr 6 Kilo, das Ding. Und hat 1200 Watt. Ich freue mich schon aufs Ausprobieren. Ihr bekommt davon auch ein Video. Tschüss. 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 Tschüss.